Meine Tankstelle ist kein Ort für eine junge Frau, schon ganz mitten in der Nacht. Nehmt sie mich ins Kurhotel, die ja bei den Arzt dort, ja, sehr beliebt, bei den Damen, hört man. Und seine Kuren ebenfalls. Das ist was für die Dame, die ist meine Tankstelle. Mocht ihr einfach einen Kaffee, Herr Gauppermal? Nein! Herr Mann, sag du was! Anton, jetzt gib dir doch auch mal einen Ruck. Nein, nein. Anton, gib dir doch einfach einen Ruck. Gib dir doch einen Ruck. Nein! Anton, gib dir einfach einen Ruck. Ja? Gib dir doch einen Ruck. Aber das ist ein Ruck. Ja, war doch ein Mensch. Ein Mensch, der kommt auf mancherlei Gedanken. Ich habe Schlagster. Gefährdliches Zeug. Giftiges Zeug. Heiliges Zeug. Ich trete einfach dir auf. Das kann nicht sein. Wunder. Aber ich bin sie nicht. Ich hätte zu viele Ideen mit dir. Ja. Ich bin hier. Mein Trank ist mir auffüllen. Du willst von meinem Rapps diesen? Dann ist das hier eine Tankstelle oder nicht? Ja, ich meine. Spаз. Okay. τη смотрите wie einer. Matt erwartet mich. Ich habe hier ein Ruck. Ich habe hier ein Ruck. Tja. Anton will dich nicht. Weißt du was? Ich verstehe. Du benimmst dich so schlecht. Wenn man was will, muss man auch nett sein. Ein bisschen. Ich meine, Anton ist eine Faule. Rüber. Wir wollen etwas von dieser Faule. Rüber. Wenn ich morgen früh den Genfester auch bin, dann bin ich vernichtet, ja? Ich fühle mir Angst. Oh Gott. Ja, ein bisschen Verständnis ist so schlimm. Ja klar. Klar, klar, klar. Der Herr, ja. Unser Gott. Ja. Der schickt mir einen, 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 einen. Aua. Nein, nein, eine Hänge, einen Austrag. Ja, glaubst du mir? Und sagen auch Erika, ist ja nicht so schlimm. Kommt noch genug Leiter. Ich seh das nicht so eng. Ja, das wäre nicht. Ich finde ein Arzt. Das wäre nicht von ihm. Du bist ein hirnloser Ignorant. Nicht die Kraballe. Hirnloser, engstirniger Ignorant. Pass auf, Kurhotel ist eine andere Welt. Ich bin ein Arzt. Ja, ja, dann wirst du keine Schmerzen haben, Gür. Und ein Kram wird erlöst. Und wir zwei lernen uns mal ein bisschen kennen. Verstehst du nicht, was ich dir sage? Ja? Aber die Beziehung ist ein bisschen, wie sagt man das? Findest du nicht verknackt? Hey, ich nicht sei krank. Ich nicht kenne Turgut. Ihr seid krank, du krass krank. Und Gott ist krank. Zähle ich krank, und ihnen ganz krank. Was ist das für eine Gesellschaft? Was seid ihr für Leute? In was bin ich nach hineingeraten? Uns! Ihr habt doch irgendwas vor. Seid ihr eine dieser Sekten? Sekte? Ihr fahrt überhaupt nicht ins Kurhotel. Und ich? Ihr wollt mit dem Bus in die Schlucht, stimmt's? Das ist die Erlösung, von der Herr Kramer immer geredet hat. Und gerade mit seiner aussichtslosen Situation. Ihr wollt euch alle umregen, stimmt's? Stimmt, das... Jasmin, kommst du mal ganz kurz. Jasmin, schnell. Ach, Hermann, wie lange denn noch? Es ist etwas sehr komisches, Jasmin, das musst du dir anhören. Sie glaubt, wir seien eine Sekte. Eine Sekte? Wer? Ihr, du und ich, und die Dicke, die Scheißfresse, die Kramer, und wir fahren ja gar nicht ins Kurhotel. Sondern... Sondern, wir fahren einen Damen an in die Schlucht. Wozu da? Um tot zu sein. Sehr komisch. Trotzdem lachst du gar nicht. Ich lache. Ich lache doch. Nein, sehe ich auch. Lass, danke. Beim Kurhotel gibt's eine schöne Stelle bei der Abzweigung. Und ich da das Steuer ein bisschen zu spät einschlage. Dann fährt mein Hermann durch die alte, rostige Leitplacke durch. Und dann, freier Fall, mindestens 300 Meter freier Fall, runter ins Tal, über die Witfel und die Tannen noch hinweg, an der alten Passstraße vorbei, immer weiter runter ins Tal, bis ins Flussbett. Ich will mit eurer Sache nichts zu tun haben, lass mich gehen. Nicht du steckst mit drin. Meine Zeit ist noch nicht um. Und wie kannst du das wissen? Ich fühle es! Ich habe Angst, du warst tatsächlich. Jetzt lachst du gleich schön. Was ging mir erzählt hat? Angst vor dem Tod ist bloß Eitelkeit. Mir klappern die Zähne beim Gedanken an die Kiste. Sprengt man sich ein Leben lang an, nicht auf der Form zu fallen. Und dann verflüssigt man sich zu grauem Schleim.